Ryder for random start. Ryder, ready, watch the game. Wir sind auf Position 2. Ich habe schon gesagt, wir müssen die Frage, den hat er abgeschoben. Platz 3 mit der Startnummer 05. Das ist Ebi Büger aus Betzingen. So geht es auch die Vierlinge gerade. Wäre sie nicht ungeraussam, ja, gut empfand auf den Weg machen. Vielleicht doch noch aufs Modest. Vorne weg scheint alles klar zu sein. Danke für Annika Zürich. Das wird, das wird der erste Bundesliga-Sieg. Wo sie die Erländer, Platz 2 für in der Kampagne Zürich und Platz 3 für in der Kampagne Zürich und gibt an Olivia Brems ab.